Untertitelung des ZDF, 2020 Er ist hier ganz allein. Er hat hier keine Freunde. Er geht überhaupt nicht raus. Er ist 24 Stunden lang im Zimmer. Er will nicht rausgehen. Wegen des Krieges fällt ihm das Sprechen sowieso schwer. Jetzt wird es langsam besser. Er sagt, wenn der Weg zurück nicht so schwer wäre, würde er am liebsten zurück in die Türkei oder nach Syrien gehen. Doch heute wird erst mal gespielt und nicht gegrübelt. Welche Farbe möchtest du, Amit? Blau. Blau. Weißt du, wie man Blau auf Deutsch sagt? Nein, weiß ich nicht. Nee. Blau. Ich nehme die Gelben. Was heißt Gelb auf Deutsch? Weißt du das? Gelb. Gelb. Eins. Was ist eins auf Deutsch? Eins. Ja. Zwei. Gucken. Eins, zwei. Wir beschäftigen uns jetzt mit Amit, weil wir ihn im Flüchtlingslager erlebt haben und die Umstände dort waren halt sehr unglücklich, gerade für so ein kleines Kind. Und wir wollten ihm halt ein bisschen Normalität schaffen. Ein bisschen Normalität hieße in diesem Fall auch die Aussicht auf einen Schulplatz und auf therapeutische Hilfe für den traumatisierten Sohn. Jeden Abend fragt er mich, Papa, warum haben wir kein Haus mehr? Warum ist das so? Warum hat Assad das gemacht? Was ist der Grund? Warum sind wir nach Deutschland gekommen? Er kann nicht vergessen. Er hat Flugzeuge gesehen, die Bomben abwerfen. All das hat er mit angesehen. Und jedes Mal hat er gefragt, warum haben die das gemacht? Ali Mustafa hat seine Flucht über den Balkan mit dem Handy dokumentiert. Das bist du und das ist Amit, oder? Amit. Amit. Hunderttausende Menschen sind in den vergangenen Monaten denselben Weg gegangen. Ihre Länder haben sie zurückgelassen. Doch ihre Erlebnisse haben sie mitgenommen. Auch Amit. Ich wünsche mir, dass er den Krieg schnell vergisst. Aber er vergisst es nicht. Nachts hat er Angst und sagt, Papa, mach das Licht nicht aus. Er hat einfach nur Angst. Doch heute ist alles vergessen. Amit hat Wichtigeres zu tun. Er muss die verlorene Spielzeit der letzten Wochen nachholen. Und sich zusammen mit Helferin Demet auf die Schule vorbereiten. Amit, möchtest du zur Schule gehen? Ja, fang ich dann in der ersten Klasse an? Ja, man fängt in der ersten Klasse an. Wie ist die erste Klasse? In der ersten Klasse wirst du andere Zahlen und andere Buchstaben lernen. Wenn es gut geht, wird Amit bald eingeschult. Auf seine Mutter muss er länger warten. Die Union will den Nachzug syrischer Angehöriger gesetzlich einschränken. Verständlich.